Ab aufs Land, der Podcast der Landidyll-Hotels und Restaurants. Heute stellen wir eines unserer Landidyll-Hotels vor. Die Menschen, was sie antreibt, wofür sie stehen und natürlich, was man im Hotel und rundherum erleben kann. Hallo, liebe Landidyll-Hörerinnen und Hörer. In unserer heutigen Folge entführen wir euch an die wunderschöne Mosel, genauer gesagt in das Örtchen Pünderich. Die Mosel ist ja berühmt für ihre steilen Weinlagen, auf denen ja wirklich vielfach prämierte Weine gedeihen. Und es ist ein Eldorado für Genussurlaube, inklusive Wandern, Radfahren oder Aktivitäten am oder auch auf dem Wasser. Für all das ist das Landidyll-Hotel zur Marienburg ein toller Ausgangspunkt. Und das stellen wir euch heute vor. Genauer gesagt, ich stelle es euch gemeinsam mit den beiden Schwestern, Steffi und Maria, vor. So, da muss ich gleich zum Anfang direkt mal fragen, wie es so ist, wenn man gemeinsam als Geschwisterpaar ein Hotel führt. Also, ich würde sagen, wir kommen sehr gut damit klar. Wir sind zwei Schwestern. Ich bin die Stefanie Schmitz und meine Schwester, die Maria Kiesowetter. Und zusammen füllen wir mit unseren Eltern gemeinsam das Landidyll-Hotel zur Marienburg in Pünderich an der Mosel. Und wir haben uns eigentlich am Anfang klassisch aufgeteilt und haben gesagt, ich kümmere mich ums Hotel, meine Schwester, ums Restaurant, mein Vater um die Küche. Und meine Mama ist die gute Seele des Hauses und macht alles. Und wir sind aber auch immer da anzutreffen, wo man uns eben gerade braucht. So ein klassischer Familienbetrieb, wo wirklich jeder anpacken muss und jeder auch irgendwie die Feuerwehr ist, wenn es irgendwo mal Not am Mann ist und Frau. So könnte man das ganz genau ausdrücken, genau, wie die Feuerwehr. Ihr seid ein Familienbetrieb, das hast du gerade gesagt, aber jetzt nicht ganz frisch, sondern aus guter Tradition. In der wievielten Generation macht ihr das jetzt? Wir führen das Hotel jetzt in vierter Generation. Früher war es eine Metzgerei, die hat unser Uropa damals eröffnet. Und Oma und Opa haben dann etwas angebaut, Mama und Papa auch ein bisschen. Und jetzt haben wir vor sechs Jahren das Hotel. Sieben. Vor sieben Jahren schon. Seht ihr? Und genau so ergänzt ihr euch. Genau so muss das sein in einem guten Familienbetrieb. Ich meine, wir haben genug Grundlagen, um viele Themen noch zu besprechen. Das mit der Metzgerei, das ist ja bis heute noch ein Thema und deswegen habt ihr auch ganz besonders ein Herz fürs Grillen zum Beispiel. Aber da kommen wir gleich noch zu. Lasst uns noch ein kleines bisschen über die Verortung sprechen. Also ihr habt gerade schon gesagt, dass ihr an der Mosel gelegen seid. Aber erklärt uns doch noch so ein bisschen, wie man euch findet, wo das genau ist. Denn viele kennen sich nicht ganz so gut aus. Also helft uns da ein bisschen. Ja, also wir sind in Pünderich. Das ist ein kleiner Ort. Wir liegen zwischen Traben, Trabach und Zell. Und wenn man es noch ein bisschen weiter eingrenzen oder größer den Radius ziehen möchte, dann genau zwischen Trier und Koblenz. Richtig. Und das kennen dann doch viele. Und es ist eine Genussregion. Absolut. Bei uns gibt es Wein. Es gibt gutes Essen. Es gibt bei uns mittlerweile im Café leckeres Eis, guten hausgebackenen Kuchen. Es gibt Straußwirtschaften im Ort und auch in den Orten drumherum, wo es auch herzhafte Kleinigkeiten gibt. So die Winzerküche, klassische Winzerküche und natürlich den guten Moselwein. Den es bei euch natürlich auch im Restaurant gibt und überall da, wo man danach fragt. Wie stellt sich euer Haus dar? Wie viele Zimmer habt ihr? Und ja, was wird da geboten? Wir haben insgesamt 27 Zimmer, 24 Doppelzimmer, davon drei Suiten und einen kleinen Private-Spa-Bereich, den man stundenweise mieten kann. Ist mittlerweile natürlich auch für viele, viele ein klares Kriterium, irgendwo hinzugehen. Und ich könnte mir vorstellen, dieses Zusammenspiel zwischen der Kulinarik, zwischen einem herzlichen, familiären Ambiente und natürlich auch dem Wohlfühlaspekt, das ist ein starkes Argument, bei euch mal vorbeizuschauen. Absolut. Also bei uns kann man viele Dinge verbinden und wir sind ein absoluter Familienbetrieb in der wunderschönen Mosel-Region. So wie alle unsere Landidylkollegen haben wir einfach die Natur direkt vor der Tür. Ja, man tritt aus der Tür raus und ist in der Natur und kann absolut entspannen, genießen und alles das, was man im Urlaub eben braucht oder machen will. Landidyl steht ja für Gastlichkeit, für familiäre Atmosphäre, für Gemütlichkeit. All das findet man bei euch natürlich auch. Was würden eure Gäste, ihr habt ja da auch immer, bekommt ja immer mal so ein Feedback, was würden eure Gäste noch sagen? Was sind die zentralen Punkte, weshalb sie ja vielleicht auch immer wieder zu euch in die Marienburg kommen? Zu Gast bei Freunden. Ich glaube, ich triffe das Ganze sehr gut. Ob das unser Vater ist, der morgens beim Frühstück immer nach dem Rechten schaut und die Gäste fragt, ob es jedem gut geht, ob er irgendwelche besonderen Wünsche erfüllen kann oder einfach aus unserem Leben erzählt, er kann viele Geschichten erzählen. Ob das unsere Kinder sind, die morgens beim Frühstück einmal vorbeikommen und mal nett winken und guten Morgen sagen, also wir sind ein Familienbetrieb durch und durch und das ist auch das, was unsere Gäste an uns schätzen. Man kommt an, man fühlt sich wohl und denkt, naja, viele sagen tatsächlich, naja, jetzt bin ich zu Hause. Also betritt man unser Hotel, dann kommt man erstmal in so eine Lounge-Ecke, dann kriegt man beim Check-in ein Kläschen Säcke und dann sind schon alle Alltagssorgen hinter sich gelassen. Genauso möchte man anreisen. Aber seid ihr auch mit vielen eurer Gäste aufgewachsen? Also stellt ihr fest, dass immer wieder auch die einzelnen Generationen eurer Gäste zu euch kommen? Das hat man bei Landidol ja auch immer ganz oft, das heißt, ja, wir waren schon mit den Kindern da, jetzt kommen wir mit den Enkelkindern etc., dass das immer so weitergeht? Was wir haben und das haben wir wirklich immer wieder, dass Gäste kommen, die sagen, ja, früher habe ich bei euch in der Metzgerei gekauft oder früher habe ich bei euch im Restaurant gegessen und jetzt ist das hier ja alles ganz anders und jetzt kann ich auch hier schlafen. Also wir haben auch Stammgäste, die durch das Restaurant oder die Metzgerei zu unseren Gästen geworden sind und jetzt mittlerweile auch Hotelgäste geworden sind. Man sagt ja, Liebe geht durch den Magen, Heimatgefühl sozusagen und sich zu Hause zu fühlen ja offensichtlich auch. Das ist also die Brücke, die ihr schlagen könnt. Jetzt hast du es gerade schon gesagt, also die Kulinarik war bei euch schon immer an erster Stelle, die Metzgerei eben dann auch. Dementsprechend könnte ich mir vorstellen, dass man bei euch auch in den Sommermonaten wundervoll grillen kann. Wir bieten in den Sommermonaten ein wunderbares Grillbuffet an, wo unser Vater selbst am Grill steht, leckere Köstlichkeiten an Fleisch, aber auch vegetarische Sachen zubereitet, begleitet mit einem wundervollen Salatbuffet, wo auch die Veganer auf ihre Kosten kommen, was uns ganz, ganz wichtig ist. Aber genau das macht ja auch Landidyll aus, dass die Produkte zum einen möglicherweise aus der eigenen Schlachtung sind oder eben auch aus der Region sind. Die Menschen wollen Identifikation und die brauchen irgendwie auch das kulinarische Heimliegen. Ja, also absolut. Die Regionalität war uns geschuldet, auch der Metzgerei schon immer wichtig. Wir haben auch unser Fleisch immer vom regionalen Bauern bekommen und hatten auch eine eigene Schlachtung. Wir haben damals beim Hotelbau dann auch die ganzen Maschinen zum Wurstmachen eingelagert, weil der Wunsch meines Vaters war, immer wieder selber Wurst zu machen. Das gibt aber der Platz nicht mehr her und auch leider die Zeit nicht mehr her. Aber da kommt es einfach her, dass wir wirklich viel regional beziehen, ob das jetzt Wurst und Fleisch ist, das unser Vater noch vom Metzgerkollegen bekommt, ob das die Kräuter aus dem Garten meines Schwiegervaters sind. Das Obst kommt daher, wo wir unsere eigenen Fruchtaufstriche draus machen. Wir beziehen den Ziegenkäse aus der Region. Also das ist ein wichtiger Punkt und wir versuchen, das in unserer Küche umzusetzen und das Ganze mit internationalen Einflüssen, weil wir ein sehr internationales Team haben. Wir arbeiten, ich glaube, mittlerweile so mit acht bis neun unterschiedlichen Nationalitäten bei uns im Hotel. Und das merkt man auch an unseren Speisen, an der Speisekarte, an den Menüs, die wir kochen. Die sind schon so international angehaucht, sodass einfach jeder auch das, was er besonders gut kann oder auch seine Geschichte mit einbringen kann. Bedeutet aber auch, dass viele rein fürs Kulinarische, also rein zum Restaurant kommen? Oder habt ihr mehr den reinen Hotelbetrieb? Nein, wahrscheinlich ist es schon so, dass viele auch kommen und sagen einfach, sie gehen zu euch mal essen, weil sie wissen, dass sie gute Qualität, dass sie etwas ganz Ausgefallenes zum Teil vielleicht auch bekommen. Ja, absolut. Also wir haben auch viele Gäste, die uns nur zum Essen besuchen kommen im Restaurant. Wir bieten auch geschuldet dem, dass wir einfach ein internationales Team sind und ganz bunt gemischt sind, immer wieder verschiedene Aktionen an. Ob das ist, jetzt unsere letzte Aktion war, Vietnam trifft Mosel, wo unsere vietnamesischen Azubis ein Menü geschrieben haben und wir haben das dann gekocht mit Einflüssen, mit regionalen Produkten Einflüssen von der Mosel, aber auch die klassische vietnamesische Küche war mit auf dem Tisch. Und so versuchen wir uns immer wieder auch interessante kulinarische Aktionen für unsere Gäste auszudenken und zu kreieren. Das ist ganz, ganz spannend. Wie wurde das denn angenommen? Denn, naja, sind wir mal ehrlich, dazu muss man ja auch erst mal offen sein und muss sagen, okay, diesen Crossover, das muss man einfach mal probieren. Aber wie kam es an? Sehr gut. Also das ist, man kann eigentlich schon sagen, das ist eine Veranstaltungsreihe, die wir immer wieder machen und wir versuchen immer wieder, probieren immer wieder neue Länder aus und wir haben auch immer wieder neue Länder, die bei uns arbeiten oder Mitarbeiter aus neuen Ländern, die wir jetzt so vorher, die vorher noch nicht bei uns waren. Und das war jetzt unser letzter Zugang zu unserem Team, war Azubis aus Vietnam. Und auch Azubis aus Madagaskar sind bei uns seit dem letzten Jahr. Und unsere nächste Veranstaltung, die wir machen im November dann erst, wird dann Madagaskar trifft Mosel sein. So aus dieser internationalen Veranstaltungsreihe. Genau. Auch sehr, sehr spannend. Und gerade bei internationalem Personal ist es natürlich auch wichtig, dass die sich zu Hause fühlen. Für die ist es ja natürlich auch ein ganz besonderes Spannungsfeld. Es ist gar nicht so einfach. Ihr macht es aber als Familienbetrieb sicherlich nicht nur euren Gästen, sondern auch den Mitarbeitenden einfach sich zu Hause zu fühlen. Denn das ist ja auch ein Erfolgsrezept von Land Idyll. Genau. Also unsere Mitarbeiter sind uns sehr wichtig und ja, wir sagen immer, wir müssen unsere Mitarbeiter in unsere Familie integrieren. Also es gab auch schon Weihnachten, wo wir nicht alleine gefeiert haben, sondern auch unsere Mitarbeiter mit an Heiligabend am Tisch gesessen haben. Also wenn die Mitarbeitenden so eng mit der Familie verbunden sind, ihr so eng mit der Familie seid, wie ist das für euch, also in so einem großen familiären Umfeld zu arbeiten? Das bringt ja auch ganz viel, ich will nicht sagen Spannung, aber es ist sehr, sehr spannend, mit der Familie so eng zu sein und zusammen so ein Hotel zu führen, oder? Ja, also es ist spannend und wir müssen auch ganz ehrlich sagen, in unserer Pubertät waren wir nicht sehr einfach zusammen, also war das Zusammenarbeiten tatsächlich etwas schwieriger. Aber seitdem wir uns dazu entschieden haben, gemeinsam das Hotel zu bauen, haben wir uns auch eingeteilt oder haben gesagt, wer sich um welche Aufgaben kümmern wird und das funktioniert super. Also ich hätte damals nicht gedacht, dass es irgendwann mal so gut funktionieren kann. Es gibt tatsächlich kaum Spannungen bei uns. Ich glaube einfach, dass wir sehr zufrieden sind, so wie wir leben. Wir haben unsere Kinder immer bei uns. Wir sind eine Familie und auch wenn wir uns dann mal nicht auf der Arbeit befinden, dann sitzen wir meistens aber auch nach der Arbeit noch im Garten und essen zusammen. Also wir sind Familie durch und durch und mit unseren Mitarbeitern. Wir kommen aus anderen Ländern, deren Familie ist nicht hier vor Ort und wir sagen, man kann nur gute Arbeit leisten, wenn man sich auch einfach wohlfühlt. Und es macht auch uns nur Spaß, wenn sich unsere Mitarbeiter wohlfühlen. Und dafür tun wir wirklich viel und versuchen jeden so gut es geht zu integrieren und gemeinsam Zeit zu verbringen, um ein tolles Arbeitsumfeld für uns alle zu schaffen. Ein spannender Blick hinter die Kulissen eines Familienbetriebes. Wie es die Landidyll-Hotels ja alle sind. Und alle tragen die individuellen Handschriften der Gastgeberfamilien und natürlich ihrer Mitarbeitenden. Aber ich wollte natürlich auch von Steffi und Maria wissen, welche Tipps sie für Ausflüge zu Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten haben. Also wir haben die Burg Elz. Das ist ungefähr eine Dreiviertelstunde von uns entfernt und ich glaube so mit einer der bekanntesten Burgen deutschlandweit, würde ich sagen. Wir haben die Reichsburg in Kochen, wo man sehr schnell ist. Eine halbe Stunde mit dem Auto und auch kochen kann man sich, ist immer einen Besuch wert. Das gleiche ist in Bernkastel, da ist die Burg Landshut und Bernkastel an sich hat halt einfach ein malerisches, malerische Altstadt mit den ganzen Fachwerkhäusern und den kleinen Gästchen. Wir haben die Geierlei, die Hängeseibrücke oben im Hunsrück. Super Wanderweg und für alle, die schwindelfrei sind, die können auch gerne über die Geierlei laufen. Ich gucke sie mir immer gerne nur an, von unten oder oben. Ja, also wie gesagt, wir haben das Wandern, wir haben das Radfahren, wir haben Wassersport. Jeder, der will Kanu fahren, man kann auch Wasserski fahren in den Sommermonaten und auch in Traben-Trabach ist man sehr schnell. In Zell einfach nur, um einmal durch die Straßen zu flanieren und an der einen oder anderen Stelle einen Wein zu trinken. Man hat viele Ausflugsmöglichkeiten bei uns, ob sportlich oder weniger sportlich. Da ist man total frei, was man gerne tun möchte im Urlaub. Und der Weg dorthin ist, glaube ich, einfach nur einmal runter an der Rezeption vorbei und dann bekommt man alle Informationen, oder? Genau, richtig, ja. Und man kann eigentlich aus der Haustür gehen, mit dem Fahrrad losfahren. Der Radweg führt mehr oder weniger direkt am Hotel vorbei und dann direkt an der Mosel entlang. Man kann den Moselsteig wandern, die Seitensprünge am Moselsteig. Also so, wie man sich das in einem landidyllischen Urlaub vorstellt, mitten in der Natur. Die Ruhe genießen, sportlich betätigen oder auch einfach unsportlich sein, wie man das eben gerade möchte. Einfach nur pure Entspannung, bei euch würde alles geboten. Absolut, genau. So soll das sein. Urlaub genau so, wie sich jeder und jede das wünscht. Wer übrigens mit dem Elektroauto anreist, wird hier auch bestens versorgt, nämlich mit genügend Strom. Sechs hoteleigene Ladestationen stehen zur Verfügung. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt auf einen Urlaub im Landidyllhotel zur Marienburg oder bei einem der anderen Landidyllhotels, dann schaut doch gerne mal im Internet auf der Seite landidyll.com. Dort findet ihr alle Hotels oder auch das Gastgebermagazin, das ihr euch downloaden oder kostenlos in der Zentrale der Landidyllhotels bestellen könnt. Oder ihr hört jetzt direkt eine unserer anderen Folgen von Ab aufs Land an, in der wir euch nach und nach alle Gastgeberfamilien und Hotels vorstellen und euch viele Tipps für Urlaube in schönen Regionen in Deutschland liefern. Das war Ab aufs Land, der Podcast der Landidyllhotels und Restaurants. Dieser Podcast ist eine Produktion von Feuer und Flamme, die Agentur für den Landidyll e.V. Redaktion Leonie Stolz Produktion und Moderation Andreas Wurm